Believe it or not, nein nicht Replays hier, sondern euer CECT Shop Team, der Nummer 1 Online Shop für China Android Smartphones und wir haben heute hier das Hisense A5, ja und selbiges gibt es also ab sofort mit Google Play Store und unter anderem auch hier der deutschen Sprache im Einstellungsmenü zu sehen. Mal hier schnell durchscrollen, ihr seht trotz deutscher Sprache ausgewählt noch hier Mobile Network Settings zum Beispiel angegeben, Display & Brightness, also das bitte beachten, nicht komplett und tippitoppi 100% das Ganze in die jeweilige Ausgewählung. Sprache übersetzt, denn ja wir haben hier also eine Custom ROM, aber ihr seht hier schon welche Sprachen oder Dialekte euch zur Auswahl stehen. Das ist wie bei den normalen Stock Android Smartphones quasi die Auswahl und das heutige Video einfach mal Kölsch hier sogar, um euch selbiges zu zeigen. Also scrollt auch ziemlich gut, habe ich eigentlich anders erwartet das Ganze und ja wir näher uns hier dem Ende. Gehen auch gerne nochmal hier raus ins Einstellungsmenü, um euch eben zu zeigen. Hier die Google Dienste auch mit dabei und das alles eben hier ab sofort bei uns im CECT Shop auf dem Hisense A5i Inc. Smartphone in schwarz und weiß mit 4 plus 32 und 4 plus 64 GB zu bestellen und zu kaufen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund da draußen und bis bald sagt euer CECT Shop Team.